Musik Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge von The Forest Und wir waren ja in der letzten Folge am Höhle erkunden Und ja, die letzte Folge war wahrscheinlich auch ein bisschen länger Darum wird diese wahrscheinlich ein bisschen kürzer Mal gucken, was für Abenteuer noch auf uns warten Ähm, willst du tauchen oder noch weitergehen hier? Weil du gerade dein Tauchgeld angezogen hast Ja, ich würde schon Tauchen direkt Mal gucken Okay Ab hier überhaupt noch Oh ja, hier geht's übelst tief Natürlich, das sieht ja übel danach aus Dann tauche ich mal nur noch Ich muss auch bald mal in die Flasche austauschen Ja, du musst einfach nur benutzen Ja, ich weiß schon Alter, hier geht's Ah, Leute, Leute, Leute Jetzt bin ich neu gespannt Ich weiß auch nicht, was ihr unter die letzte Folge geschrieben habt Falls ihr was geschrieben habt Denn, ähm Oh mein Gott Hier sind welche, hier sind welche Warte, ich bleibe im Wasser, ich bleibe im Wasser Babys? Nee Ah, Mullux Und ne Spinne Oh Eine Spinne Ja, was machen wir jetzt? Als ob die ins Wasser kommen Oh mein Gott Was? Die ist ganz unten Schwimm zurück Was macht die? Schwimm Oder gehen wir hoch? Hä? Ist die tot? Nee, nee, ja, die kann schwimmen Leute, der Typ brennt von mir weg Jetzt rennt er Hä, wo ist der? Ich sehe ihn nicht Da, hier, hier Ach, da hinten nur Alter Hab ich ihn geordetet? Ja, was ist das jetzt mal mit der Spinne? Hä? Da hinten kommt einer auf uns zu gerannt Ich sehe ihn jetzt nicht richtig Da ist noch eine Spinne Wo? Ich sehe gar nichts Nix Au Ich hab nur gesehen, dass irgendwas kommt Da ist noch ein Mulluck Oder irgendwas anders Irgendwas ist da noch Alter, du Ich Aber die Spinne ist jetzt tot, oder? Nee Ich weiß es nicht Zünd mal deine Axt an Du hast ja die Axt Achtung, Achtung Ich will nur mal sehen Ah, stimmt, kann man hier Ich will nur mal sehen Ja, da speichere ich einfach Kein Problem Hilfe Ja, gut Wo? Achso Das ist kein Problem Ich will nur mal nachgucken Was mit der Spinne ist Wollen wir nicht weiterlaufen? Nee Da ist noch eine Achtung Kommt auf dich zu Wollen wir nicht weiterlaufen? Wollen wir nicht weiterlaufen? Wollen wir nicht weiterlaufen? Achtung, der kommt Er kommt, der kommt Ich seh nix Weiß nicht Ich würd die gern killen Nämlich Die ist gestorben Die ist hier unten Doch hier Da, ne? Das ist die Das war ja richtig Geil, die Taktik Oh, der steht schon hier Und wartet Willst du kuscheln? Ich müsste jetzt Das war nur mein Verlangen Warte mal Warte mal Vielleicht ist hier hier noch eine Du bist schon wieder weiter Spann dich Hm? Ich musste den noch bekämpfen Natürlich So, Dorkflasche mal nachfüllen Anequip Mir ist auch arschkalt Ich seh dich auch nicht Ja, hier sind halbe Menschen Ich seh dich nicht Ich weiß nicht Wo ich hinlaufen muss Lass mich mal kurz In deiner Nähe bleiben Weil wegen der Fackel Dass ich mich aufwarnen Okay, Leute Wie ihr seht Geht das schon gut los Aber die Spinne Haben wir jetzt gut umgangen Das war Mega nice Hier waren wir schon mal Nein Doch Nein Doch Ich kann sie genau sagen Wenn man hier weiter läuft Stimmt Da war dann diese Spinne Hier war die Spinne Genau, hier sind wir weggerannt Davon hatte ich letzte Folge erzählt Oh mein Gott Wir sind wirklich wieder in der gleichen Scheißhöhle Ja, ist egal Oh Gott, hier oben sind welche Mullucks Alter, mich erschrocken gerade Der ist richtig außen Oh, komm Alter, hör doch auf Jetzt brennt der so Ah, ich seh wieder nix Was nimmst du denn jetzt? Alter Oh Schiet Das wäre so geil, wenn er runterfällt Wer ist nicht tot, war er tot Babys, babies, babies Hilde du die mal Ich will nicht mit meiner Axt Ist der Daumen, oder? Echsen Komm, komm, komm Komm, spring Spring mich an Gut Oh Hab ich? Ich glaub schon Ja, er fällt eh runter Mein Baby ist einfach runtergefallen Wir haben Eintrag bekommen Wir sind am Arsch der Welt Eintrag der To-Do-List Sind wir nicht hier rein? Wir sind hier rein Doch Nein Da unten wäre ja der Strand gewesen, Idiot Ja, und beim Strand sind wir da rein Ist ja mal kein Strand Doch, da unten Hier Da ist der Strand Und ich bin hier hochgelaufen Und da ist das Dorf Und da ist die Brücke, wo wir hergekommen sind Das sind Mullucks, 20 Stück Es war natürlich da, wo wir hergekommen sind Nein Es ist nicht das Wo sind wir da? Weil wir sind Als wir reingegangen Die haben uns gesehen Als wir reingegangen sind Alter, der Möft Tschüss, was macht der denn? Lass wieder in die Höhle Wo war die nochmal? Ich sehe sie nicht mehr Nein, warum? Warum ist halt mehr in die Höhle? Hallo Ich höre den nur, aber ich sehe ihn nicht Und wir trennen uns gerade wieder Und ich habe wieder keine Ausdauer Also es war auf keinen Fall Hier sind wir auf keinen Fall reingegangen Weil als wir rein sind War ja rechts so ein So ein Ding nach unten Da wollte ich ja hin Ich wollte ja rechts nach unten Du hast gesagt, nee, lass gerade aus hingehen Hier ist keine andere Höhle Oder das ist die Ja, stimmt, wir sind bei Nee, aber warte mal Wir sind bei den Schippen Hier vorne sind wir rein Weiter, weiter links, links, links Äh, ja, da, 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 da Ja, da sind die Schippen Da sind wir rein Das ist dieselbe Höhle, nur mit dem anderen Eingang, 10 Meter weiter Ich Das heißt, wir sind sogar zurückgelaufen Wow Als Moloch, da sind rechts, rechts, rechts 5, 6 Stück wieder Und wir müssen kämpfen, wahrscheinlich Ignorieren, ignorieren Geht's nicht Hier sind auch noch welche drin Ja, hier Ja, da Gehen weg Die kommen alle auf uns Jetzt, euch Ja, dann lass nicht Da, hinter dir Hinter dir Ja, jetzt haben wir ein Problem Oh mein Gott Kämpfe einfach Kämpfe einfach Einfach reinböllern Einfach reinböllern Ich dreh dich ein bisschen Kreisen, einfach reinböllern Ein Problem Das hat keine Ausdauer Ich auch nicht, ist egal Einfach reinböllern Au Hinter dir Junge, mach dir viel Schaden, Alter Ich bin tot Die jetzt aber auch Ich sag ja, 5, 6 Stück Aber wir können im Kampf wahrscheinlich nicht hingehen Feuer? Fragezeichen Würde sich lohnen Ich würde die Rüstung dann gar nicht ausrüsten, sondern behalten Aber man kann gleich nicht so viele behalten Das geht schon Da war ja nochmal was Spannendes für die Folge Gelb? 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 Ja, komm, lass killen Aber das geht schwer Doch, du hast Nein, nein, nein Ja, dich komm mit drauf Alles schon Ja, easy Dann können wir was essen Ja, easy Also ich schon, ja Möchte das jetzt auf den Mollux drauflegen? Nee, 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 warte mal, bis sie verwechseln Bekannt hier, die Gegend Ach, das ist auch mal wieder schön, ne? Mal unser altes Zuhause besuchen Vielleicht ein paar Mollux hier abschlachten Geil, ne? Hallo, machst du nicht kaputt? Die ist ja da schon ausgetrocknet, guck mal Jetzt trotzdem, was machst du? Oh, Mann So, mal neben vorne Wir haben hier jetzt gespeichert Bei unserem alten Zuhause Äh, laut Flo Müssen wir jetzt hier Was ist kaputt gemacht? Nix Du hast gegen dein Haus geschlagen Junge, Junge, Junge Machst du nix Äh, laut Flo müssen wir hier irgendwo In den Wald einfach reinlaufen Ich weiß jetzt nicht genau wo Aber da weiß er schon Bescheid Da soll dann die Höhle sein Wo dann die moderne Axt drin ist Die suchen wir ja schon vergeblich Dann ungefähr acht Folgen Ähm Ja, aber ich würde sagen Wir gehen jetzt hier mal rein Und mit dem schönen Ausblick Der überhaupt nicht schön ist Wir gehen doch wieder raus Beenden wir diese heutige Folge Wenn es euch gefallen hat Lastenwertung da Schaut auf jeden Fall Ähm In der Donnerstagsfolge vorbei Und äh Ja, ich würde sagen Schaut auch in der nächsten Donnerstagsfolge vorbei Und äh Ja, dann bis dahin Haut rein Du fällst runter Und Ciao, ciao Ich spreche der Gleiche Ich spreche der I don't really do this But Bruce G be the dude To remove the blood Big chick wanna talk Like she knew what's up Every time I step in They say who the what The where the how Flying Smear the ground My chick 1010 She could stare the sound From miles away Hello felt kinda Now goodbyes Feel like a title Bis zum nächsten Mal.